Erstmal oben gucken, nicht, dass die von oben abgeworfen werden, hier. Ähm, hallo? Ich hab den Bruder nicht gekillt, das freu ich nicht. Okay. So nacker, ich hab den Vogel nicht vorgetastet. Okay, der geht auch nicht weg. Da oben ist eh jetzt alles verbrannt. Will ich da oben irgendwo hingehen? Will ich da irgendwas haben? Der rennt mich stark an das erste Dark Souls, wo man nicht mehr in den Schwanz abschießen konnte. Ach, das ist die Stelle, wo es Haufen Loot gibt. Hm, wo der Loot, wo Loot wohl herkommt? Und hier laufen vier auf den Haufen rum. Okay. Ähm. Rachelein, können wir irgendwie drüber reden? Übel ein bisschen schön. Oh, oh, der ist nicht dead. Der ist wirklich doch safe dead. Ich muss sie wieder hoch. Oh. Oh, oh, oh. Wir sind mal hier weg. Das, das sehe ich nicht, dass ich hier weiterkomme gerade. Ich hab eben gedacht, wenn man dich hier oben triggert, dass du hier oben Dinge tust. Nicht das, oder? Und dann, wenn das durch ist, hier durchsprinten kann. Oh, oh, hallo. So was nicht gedacht. Ihr lebt ja noch. Ihr lebt ja noch. So was nicht gedacht. Sub-47% Kaktatrosen an. Sind wir jetzt unten dead? Jetzt sind wir unten dead. Let's go. Okay, man kommt durch. Ich frage jetzt, wo bin ich jetzt? Und wer haut mir jetzt alles nichts die Fresse? Oh. Ja, gut. Guten Tag. Gehen sie doch da runter zu dem Drachen. Das halte ich für eine gute Idee. Das halte ich doch für eine sehr, sehr gute Idee. Die scheinen mir ein relativ starker Gegner zu sein. Gehen sie doch zum Drachen. Wer der kommt zurück war. Ja, scheiße. Ja, der haut mir einmal drüber. Das sind jetzt quasi die Black Knights aus Dark Souls 1. Also, meine Theorie ging auf in dem Durchrennen. Aber. Kommt da das nächste Schwere. Oh, hallo. Oh, oh. Das ist not cool. What the heck is... Yo, Static Empire. Hier, hallo. Wenn der Hans ja sagen könnte, ich habe den Schlüssel nicht. Aber er hat gesagt, ich kann es dieses Jahr auch nicht öffnen. Alter Schwede. Ähm. Aua. Oh Gott, macht er viel Damage. Ja. Holy shit. Aua. Yo. Treffen dead. Und dead. Konnt nicht mehr aufstehen. Wup, wup, wup. Wup, wup, wup. So, wir nehmen jetzt erstmal das mit. Und dann gehen wir uns hier das hier holen. Haben wir nicht mal einen Bogen hier. Dann kannst du mich schon mal. Tschüss. Ja, töten wir ruhig alle. Oh, egal. Oder wollen wir es versuchen? Ich glaube, ich würde wenn, dann lieber so hingehen. Können wir uns so machen. Aufstehen lassen ist bei dem nicht. Aufstehen lassen ist bei dem gar nicht in Mode. Ich habe einen Hit auch auf ihn gekriegt. Neos kann man doch den Drachen super treffen, oder? Ja, wie wir zielen. Ah. So, wir zielen. Come on. Ich glaube doch gerade 860. Gucken wir mal, ob wir uns davon ein paar Pfeile kaufen können. Ja, gar nichts. Oh oh. Er macht da Dinge. Aber... Die haben es nicht ganz so angewohnt wie beim letzten Mal. Dass du einfach das easy abschießen kannst. Okay, okay. Okay, dat wird nix. Schade. Also ich glaube hier, das war eine sehr eindeutige Antwort von... Fick dich, du sollst den Schwanz nicht abschießen. Kriegst dafür nix. Ey, mate. Aua. Aua. Braucht mir erst mal nen... Pff. Yo. Danke. Cool. Lass doch mal das lange trinken sein. Na, das wird nix. No. Das wird nix. Den krieg ich nicht geparriet. Weder geparriet noch irgendwie geblockt. Wenn ich meine Ruhe hier hätte. Au, au, au. Au. Ich hab schon gett. Dass sie danach noch... Danach noch springt. Ach, Mann. Gegen den komm ich gar nicht klar. Irgendwas ist im Krieg passiert. Hier sind deutlich... Oder irgendwas ist mit den Drachen passiert. Erstmal... Wo kommen die Drachen wieder her? Die wurden doch eigentlich ausgemerzt. Expliziert doch gleich wieder jemand, oder? Okay. Oh, okay. Genau. Ich will wieder so nen Vieh machen. Aua. Aua. Ich kann nicht aufstehen. Deswegen müssen wir an so nem Vieh vorbei. Wir können es nicht links liegen lassen. Okay. Kann ich nicht drücken, bevor ich verräumt bin? Er trifft halt trotzdem. Er trifft halt trotzdem, obwohl ich auch gedocht bin, trifft er mich an gigantische Hitbox. Wenn der irgendwas macht. Ich begann meine Seelen einsammeln. Und es hat nicht geklappt, weil ich es nicht getroffen hab. Macht halt nen Doppelhit. Und dann... Wenn ich einmal hittet, kann ich nicht mehr aufstehen. Kann ich nicht. Oh, kann man nicht. Wenn er nen Töter ist, würde ich es trotzdem. Angegsam. By the way. Okay, dann muss er da einfach stehen. Cool. Ist das ein Mexican Stand-Up, oder wat? Ich will hier einfach weiterlaufen. Oh. Kleine Echsen verprügeln. Oder Edelstein. He doesn't know. He doesn't know. Wie kann ich nicht. Hier ist es, dass ich wissen. Quer uns mit wir jetzt mit mir. Help, weil ich sie da fertig sein kann. Was nach bottleneckst Child keine, worldwide! Schnell verrat gdyby zu verraten. Oh, ich kann. Oder wie Sie auf娘000- Speaking of rindern Beatles oder Lockstili-Order Player, von uns angezhaftest. Wie kann AssemblyTT verstehen. Schafft! Scheiß Vieh. Dunkler Edelstein. Kleine Tenichev und Glut. Habt das Scheiß Vieh geplättet. Sogar ohne einen Hit zu kriegen von ihm. Einfach nur, dass die Vieh rum rumlaufen.